reicherts bis fest ein podcast so lecker wie das leben liebe freunde der gehaltvollen verdauung herzlich willkommen bei einer weiteren folge meines podcasts reicherts bis fest heute beschäftigen wir uns mit lauter fragen rund um meine küche und mein küchen equipment die aus der community kam wie ihr wisst habe ich einen twitch kanal und da im chat sind in den letzten wochen immer mal wieder fragen rund um meine küche gestellt worden dann habe ich eine sehr liebe rückfrage und ein tolles feedback hier zu dem podcast bekommen über das ich mich sehr gefreut habe und somit dachte ich ist es vielleicht für euch mal ganz interessant zu verstehen wie ich meine küche und mein küchen equipment im laufe der zeit zusammengesetzt erweitert ergänzt und auch natürlich ein stück weit perfektioniert habe also erst mal ganz zurück zu den anfängen wenn es darum geht dass ihr wirklich mehr als nur ein fertiggericht in der mikrowelle aufwärmen wollt dann solltet ihr euch wirklich darüber gedanken machen ein bisschen geld in die hand zu nehmen und vor allen dingen geld für das auszugeben was euch wahrscheinlich 10 15 20 jahre lang begleiten wird nämlich richtig gutes equipment in eurer küche ich fange jetzt mal mit der absoluten grundausstattung an und wir reden als erstes mal über die verschiedenen herdarten also ich habe tatsächlich einen freund der sich beharrlich seit 20 jahren weigert sein sein küchen equipment auszubauen und immer noch auf einem dieser alten elektroherde sonst ein einzelgerät kocht ja erinnert euch daran so leicht abgeschrunztes weißes emaliertes metall und in der mitte dann verschieden große runde dunkelgraue herdplatten ja also sowas gibt es auch noch er kommt damit auch ganz gut klar verblüffender weise hat sich halt einfach glaube ich in ein skurriles altes männchen verwandelt was nur noch auf diesem alten equipment überhaupt klar kommt aber das ignorieren wir heute wir sprechen heute über die vorteile eines induktionsherdes wir reden über gas und wir reden über den klassischen elektro keramik herd fangen wir mal mit dem an mit dem habe ich nämlich auch lange lange jahre sehr gerne und sehr gut gekocht vorteil ist ganz klar ihr habt wenn ihr eine herdplatte einmal erhitzt habt oder ein herdbereich erhitzt habt und den ausschaltet habt ihr sehr lange eine noch gleich bleibende rest hitze und wenn man das einigermaßen vernünftig perfektioniert ja dann hat man immer so eine herdplatte die zum beispiel sagen wir mal der jede herdplatte hat einstellungs möglichkeiten von der stufe 1 bis 10 ja dann habt ihr eine herdplatte die laste immer so auf stufe 1 und 2 so schön warm vor sich hin simmern ja da kann man dann einen topf mal kurz darauf abstellen ohne dass der direkt komplett abkühlt ihr habt eine herdplatte die habt ihr eher mittleren bereich laufen also so auf stufe 4 5 und dann habt ihr eine herdplatte die habt ihr volle suppe im einsatz auf stufe 8 bis 10 und wenn man die ausschaltet dann hält die die hitze locker noch fünf einige auch bis zu zehn minuten je nachdem wie hochwertig das material ist und da kann man natürlich ganz toll mit unterschiedlichen hitze stufen arbeiten das ist echt toll nachteil solcher platten ist die verbrauchen normalerweise deutlich mehr strom als induktionsherd als modernere geräte und die brauchen natürlich ewig lange im aufhitzen gerade wenn ihr eine größere familie habt wenn ihr mal größere mengen von nahrung im weitesten sinne nahrung zubereiten wollt ja ob das dann der sechs sieben liter topf für spaghetti ist oder ob ihr hat große kartoffeln mengen kochen wollt oder ähnliches da sehe ich einen ganz ganz klaren zeit nachteil jetzt kann man natürlich sagen mir ist zeit grundsätzlich egal da habe ich genug von aber für diejenigen die eher schnell und auf dem punkt kochen wollen ist es so ein großer zeitgewinn und somit auch ein komfort gewinn auf induktion zu kochen also ich jedem von euch nur empfehlen kann wechselt auf induktion das ist jetzt nicht unbedingt überlebens wichtig aber es ist so ein hervorragendes und so ein schönes kochgefühl deswegen ja nimmt meinen ratschlag ernst wechselt auf induktion induktion ich habe bei mir ein induktionsherd jetzt mittlerweile den zweiten im einsatz der erste den ich eingesetzt habe ist ein relativ großer herd beziehungsweise eine relativ große platte habe ich damals bei ikea gekauft hat etwa 1000 euro gekostet ein tolles gerät kann alles was man braucht hat nie mucken gemacht war wirklich wirklich gut das einzige was mich an dem gerät gestört hat war dass ich dann irgendwann für meine koch sendung auch mal mit größerem kochequipment gekocht habe also zum beispiel so einen großen fleischtopf brauchte oder eine große pfanne weil ich für drei gäste gleichzeitig was kochen wollte und da waren mir die herdplatten zu klein und an der stelle bin ich dann irgendwann hingegangen und zwar tatsächlich letztes jahr als die pandemie auf ihrem höhepunkt war und ich hier täglich 24 stunden mit mir alleine war und habe mir einen neuen herd geholt jetzt habe ich einen herd von borer im einsatz und zwar mit dem abluft system eingebaut im herdbereich in der mitte klingt jetzt erstmal absurd aus zwei gründen einige kennen das noch nicht dass man das nach unten also die die abluft nach unten wegsaugt und die anderen werden jetzt natürlich zu recht sagen ja wo du willst doch mehr platz auf dem herd dieser herd ist auch deutlich größer als der den ich von ikea hatte und somit habe ich jetzt mehr platz und der platz der in der mitte gebraucht wird für ich nenne es jetzt mal ganz unsexy das abluftrohr der ist mehr als genügend am rand und in den ecken dazugekommen bei dem system finde ich total super dass der zum einen ganz klassisch mit haushaltsstrom funktioniert zum anderen ich sehr schnell reagierende bedienelemente habe also ich stelle die stufe von von 1 auf 9 hoch und zack ist die hitze sofort da da ist kaum verzögerung drin also es fühlt sich wirklich anders würde man mit gas kochen die wenigsten von uns können ja zu hause mit gas kochen gas ist eigentlich finde ich vom kochgefühl nach wie vor das coolste ja man gerade wenn man in einer pfanne zum beispiel sachen anbrät und dann ablöscht mit einem hochprozentigen ja was habe ich letztens benutzt einem hochprozentigen whisky habe ich letztens mal benutzt was total geil ist weil es ein sehr sehr geiles geschmackserlebnis gibt ja nur hält sich fahne einfach ein bisschen schräg und zack stichflamme in der flamme und in der pfanne und das ist einfach ein saugeiles kochgefühl also jeder der schon mal mit gas gekocht hat und so ein bisschen auch experimentiert am herd und mal dinge auch flambieren möchte oder so ja der wird der weiß jetzt genau was ich meine natürlich hat nicht jeder zu hause einen gasanschluss den habe ich auch nicht deswegen arbeite ich hier mit einem system wo ich ganz klassisch die gasflaschen die ja auch am gasgrill draußen einsetzt andocken kann anschließen kann und das ist perfekt für mich ich habe zwei gasplatten und daneben habe ich den herd vom borer und mit dem entsprechenden abluft system darunter der vorteil von diesem abluft system genau bevor ich das vergesse ist dass ihr nicht mehr über euch diese große ja meistens auch sehr viel platz weg neben der esse habt wo sich ganz häufig fett ablagert wo man so viel sauber machen muss wo auch bei gerade bei mir ich bin ja mit 1 95 durchaus auch raumgreifend groß und ich habe mir in meinen kochstreams ständig den kopf gestoßen an dem umluft system was ich über meinem herd hatte mir fehlte dann nachdem ich das abgebaut habe natürlich das licht von oben stattdessen habe ich mir jetzt eine diejenigen von euch die meinen stream kennen kennen auch meine lampe ein sagen wir mal ein eher individuelles lampensystem selber gebaut mit dem ich dann guten gute lichteinstrahlung von oben habe da muss man daran denken wenn man sich so ein abluft system holt was unten in den schränken verbaut ist ansonsten habe ich mit dem abluft system so gut wie keine schlechten erfahrungen ihr könnt euch das so vorstellen auch da ein stufen weises verstärken des systems von 1 bis 9 auf stufe 9 ist es ziemlich laut im stören laut würde ich sogar sagen ja das ist nichts wo man sich dann entspannt lange bei unterhalten möchte aber ich kann das ganze meistens auf stufe 4 bis 7 super betreiben außer wenn ich in der pfanne wirklich ganz ganz stark was anbraten dann brauche ich die stufe 9 das wird super nach unten weggezogen inklusive des fetts deswegen ist in dem abluft system unten ein ja sondern 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 runder fett sammelbehälter mit einem gitter rundum versehen den kann man rausnehmen in die spülmaschine packen das ist die erste stufe des filtersystems und wenn ich den rausgenommen habe gibt es darunter noch einen einschub filter der ist etwa 40 zentimeter lang und vielleicht so acht zentimeter dick ist irgendeine mischung aus aktiv kohle und und stoff ja und das ganze wird dann in dieses runde abluft system reingeschoben muss man alle sechs sieben monate ersetzen und mit dem ding stehe ich auf kriegsfuß sage ich euch ganz ehrlich also nach spätestens zwei wochen riecht man dass da fett drin ist riecht man dass da wasserdampf drin ist und deswegen muss man schon sehr genau darauf achten das ganze herz system wirklich nach anleitung zu bedienen also es gibt zum beispiel immer noch einen eine nachlaufzeit von von so 10 15 20 minuten zum teil wurde ganz lang leise der der ventilator noch weiter läuft damit der filter auf jeden fall trocknet habe ich am anfang falsch gemacht achtet darauf das ding muss immer trocken sein damit diese unangenehmen gerüche nicht entstehen was ich dann jetzt regelmäßig mache weil ich ja nun mal sehr viel koche mit dem system und ich glaube das ist wirklich die einzige schwachstelle dass diese filter sehr schnell dann zusetzen ich benutze hier so einen sonnen duftspray ja febrés oder irgendwie sowas und und sprühe den regelmäßig damit ein vergewissere mich auch immer dass da auf keinen fall irgendwelche schimmelsachen drin sind also ich nicht dreck übertünche ja und so tue als wäre da nichts verschimmelt oder vergammelt sondern achte da natürlich sehr genau drauf habe immer zwei dieser filter auf vorrat die kosten etwa 80 euro das heißt im jahr gibt man noch mal 80 bis 160 euro mindestens für neuen filter aus muss man wissen dabei aber ansonsten ist das ein tolles system induktion hat wirklich den riesen vorteil dass ihr mit noch sehr effizienten energienutzung wie ich finde sehr gut anbraten könnt sehr schnell große wassermengen kochen könnt das abluft system ist für mich perfekt ja ich stoße mir nicht mehr den kopf das ganze hat relativ viel geld gekostet inklusive einbau lag ich da bei zweieinhalb tausend euro noch mal zum vergleich die knapp 1000 euro die ich vorher bei ikea ausgegeben habe auch da gibt es jetzt herz systeme mit einem abluft system wo das ganze nach unten abgeführt wird der einbau der betrieb etc pp ist übrigens überhaupt kein problem gewesen ja ich nutze nach wie vor meinen ikea unterschrank den ich davor hatte ich musste irgendwie zwei schubladen darunter austauschen aber das war es so also das wichtigste der herd an zweiter stelle spreche ich heute mit euch über die öfen die ich einsetze auch da das klingt jetzt hier immer so ein bisschen wie so eine ikea werbe veranstaltung soll es aber auf keinen fall sein nur ich finde nach wie vor dass ikea ein hervorragendes preis leistungsverhältnis hat und ich bin auch mit meinen beiden öfen super zufrieden die habe ich jetzt beide seit etwa sechs jahren im einsatz ich habe zwei öfen übereinander einmal den ding ich sag mal klassischen großen ofen ja da gibt es ja diverse volumina da müsst ihr halt gucken was bei euch in die in die schränke reinpasst ich sag mal ich habe den klassischen standard ofen ja der in jedes ikea küchenmodul reinpasst der hat fünf schienen auf denen ich arbeiten kann der war damals das top modell für 899 euro das besondere an dem modell ist dass ich da auch wasser einfüllen kann über ein kleines einlauf system und was so oben rechts am ofen ist ja da drückt man drauf dann kommt so eine einlass düse rausgefahren und da kann man dann ich glaube ein liter wasser reinpacken so dass ich da auch gleichzeitig ein dampfbackofen habe dampfbackofen ja oder nein muss man sich genau überlegen ich bin großer freund von dem dampfbackofen system wie ich das jetzt einsetze also wasser dann rein wenn ich es brauche und ich brauche keinen festen wasseranschluss an meinem ofen gibt es natürlich auch aber ich brauche das nicht braucht man dampfgaren überhaupt also ich kann jetzt da an der stelle wirklich nur für mich sprechen ich habe in den letzten sechs jahren kein einziges mal in diesem ofen das gemacht wofür wasserdampf ja ganz besonders berühmt ist nämlich zum beispiel bei 80 oder 100 oder 150 grad so schön gemütlich gemüse dämpfen und ganz schonend zubereiten das habe ich alles nicht gemacht habe ich keinerlei erfahrungswerte deswegen an der stelle bin ich da der falsche ratgeber was ich euch aber sagen kann ist dass ich das jedes mal benutze wenn ich ein brot selber backe und das ist so ein zwei mal im monat hervorragend bringt eine ganz tolle kruste aufs brot die man sonst nur mit sehr viel aufwand hinbekommt ich habe auch schon diverse pizzen mit wasserdampf gebacken also den ofen kann man auf bis zu 300 grad aufheizen ja dann hat man wirklich das gefühl wenn man da wasserdampf oder wasser rein schießt dass das ist innerhalb von sekunden bruchteilen in seine atomaren bestandteile aufgelöst wahrscheinlich ist es auch so aber es bringt auch bei einer pizza finde ich noch mal einen ganz anderen grad cross grad damit dran apropos pizza da reden wir ein andermal auch noch mal drüber ich habe auch einen pizza stahl im einsatz in diesem ofen der ist sehr schwer ja der pizza stahl de könnt ihr euch mal angucken sieben kilo wiegt das ding und da kommen wir zu einem zweiten vorteil von diesem ofen der hat zwei teleskop systeme eingebaut also ich kann ganz wunderbar die bleche einfach nach vorne raus ziehen toller ofen kann ich nur empfehlen der andere ofen den ich darüber im einsatz habe ist ein halb so großer ofen in dem aber der klassische ofen also auch inklusive der grillstufe oben drüber kombiniert ist mit einer mikrowelle und auch das ist bei mir sehr häufig im einsatz ja mikrowelle finde ich persönlich absolut notwendig in jeder küche das aufwärmen von speisen geht damit halt super ich koche damit nicht ich wir haben damit immer nur auf aber darauf will ich echt nicht mehr verzichten also die sachen habe ich im einsatz der eine ofen 899 das mikrowellen ding so 699 meine ich jetzt damals gekostet wenn man jetzt überlegt dass man solche sachen 5 6 7 8 jahre mindestens im einsatz hat mache ich es mir immer leicht indem ich mir den betrag einfach durch die anzahl der jahre und die anzahl der monate teile also wenn ich so einen ofen zehn jahre im einsatz habe und das ist ja gar nicht so unrealistisch ja lass es meinetwegen auch nur sieben sein aber sowas in der größenordnung ja dann liege ich irgendwo zwischen zwischen 110 120 oder vielleicht sogar nur 80 90 euro im monat im jahr ja und das wieder runtergerechnet auf monat das ist natürlich ist natürlich nichts das heißt ihr habt dann irgendwie für zehn euro im monat habt ihr euch tolles equipment geholt mit dem ihr super kochen könnt so im nächst also ich hoffe dass ich jetzt so die diese dieses mein grunde equipment an der stelle erklärt habe im nächsten küchen equipment podcast geht es um das was ich im ofen benutze und auf dem herd benutze also töpfe pfannen pfannen wänder welches equipment braucht man da unbedingt das soll es für heute gewesen sein ich sage ganz lieben dank fürs zuhören wünsche euch einen wundervollen tag einen leckeres leben passt auf euch auf ist gesund und richtig in diesem sinne bis bald reich hat bis fest ein podcast so lecker wie das leben